Annalena Hitzfeld, hallo. Ja, hallo. Titus Georgi aus Hannover von der Hochschule. Wir wollen dir sehr gerne einen Studienplatz anbieten. Du hast bestanden. Herzlich Glückwunsch. Ja, dann hätte ich auch gerne den Studienplatz. Wie bitte? Ich hätte den gerne. Ja, wir hätten auch gerne, dass du kommst. Aber wenn ich ehrlich bin, hätte ich niemanden. Wenn man bedenkt, dass wir eine hochbegabene Ausbildung machen. Diese Zelle ist voll gut. Herzlichen Dank. Ach so, jetzt verstehe ich es. Ja. Gib mal einen Kuss auf, Lottchen. Er hat nie ins Theater geglaubt. Und ganz allmählich habe dann auch ich aufgehört, an mich zu glauben und habe den Mut verloren. Und die Lies around me. Wir haben niemanden. Ach, wir auch. Wir auch. Wir auch nicht. Das ist anstrengend. Ich kann nicht mehr. Auf der Bühne zu sehen, war ein emotionaler Prozess. Sie ging mit dir auf den Nerven. Mit ihrer Hysterie und mit ihrer Schreierei. Wir müssen uns jetzt an der Stelle echt alle wahnsinnig disziplinieren. Sonst wird es einfach unglaublich schwer. Ich finde ihn gut.